Hallo und herzlich willkommen zum Prosti-Kanal und zurück zum kleinen Stuffing-Game und zwar spielen wir heute Light Fun with 28 Men. Mit 28 Metern Spaß haben wir super schön. Wort euch heute ganz herzlich an unseren Unterstützer. Ohne das hier, alles nicht machbar wäre. Vielen, vielen Dank Freunde für eure Hilfe. Äh, Chapter One, New Game. Und ich hab so ne... First Date. So ne ganz komische Befürchtung. Almost like Kathy. Hallo, hallo. Hey, I thought you wouldn't have any problems. Did, uh, Foxy ever appear in the hallway? Probably not, I was just curious. Like I said, he was only my favorite. They tried to remake Foxy, you know. Uh, they thought the first one was too scary. So they redesigned them to be for a kid. So they redesigned them to be for a kid. So they redesigned them to be for a kid. To keep the toddlers entertained, you know. But kids these days just can't keep their hands to themselves. What the fool? The staff literally had to put Foxy back together into every ship. Eventually they just stopped trying and left them in some kind of take apart, put back together attraction. That was just a mess of parts. I think the employees of the first one was just the mangle. Uh, oh hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. Uh, you know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our Guard during the day has reported nothing on me and he gonna watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Oh no 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 no... Oh no oh no... Oh, oh? Die Kuomzi, die Kuomzi, die Kuomzi. Da kommt schonmal einer. Is twenty.. Warum- Wieso, wieso twenty eight men? Bist... Verstehen ihr, verstehen ihr das? Ich nicht? 8 p.m. Oh no one is coming. Wir haben noch 88%. Im Band tut sich ja sowieso nichts. Also seh ich mir da ins Spiel. Ich kann ja jetzt alles hier einsenden. Oh lecker. Ah ja. Der Standard. Geh fort du. 8 p.m. Leute ich sag's euch. Windows Update und seitdem geht gar nichts mehr. Ich hör Steps. 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 Es klackt auch immer. Seit diesem blöden Windows Update. Ich hab doch Steps gehört. 9 Uhr. Da. Wo ist jetzt die Trautlin? Die ist verschwunden. Die wo mit 28 Männern hier. Spaß haben möchte. Und ich hab ja nicht einmal eine Light. Ah das hier unten ist der Wind. Wo ist sie? Ich hab ja gerade eine Wm. Entsitzen. Die ist etwas mit briefdem readinges JugendBUGEN. Wenn die wo mit 28 Franken und 10é Angelsinken sind. Und Ronheim ist auf jeden Fall hin und auf jeden Fall rein. T Bubble Fως die ist auf jeden Fall rein. S Wahnsinn. Ich bin jetzt ein Wm. So. Und dann gehen wir weg. Joao. Ja…. Ich seh nicht mal die outside. Dance. Dance, sister. Leute, das ist schon wieder so ein Spiel, das kein Mensch braucht, oder? Ja. Ich hab's auch schon eine Zeit lang auf dem Rechner. Ich hab mich aber immer geweigert, es zu spielen. Ich hab schon gewusst, warum. Ich werde aber auch nur ein Part machen. Das ist gleich mal hier Grutvoraussetzung für ein erfolgreiches Geschäftsjahr, wie man so schön sagt. Die anderen Hunks, die machen hier noch Musik und Lala und saufen nicht eins. Äh... Really? Siehst du weg? Man kriegt keinen Zitterball mehr, das Licht abmachen. Really? Sie ist wieder da. Aber ich hör doch andere Footsteps. Aber die sind ja oben wieder alle vereint. Leute, das ist echt... Ach, bin ich froh, wenn hier 12 Uhr ist. Meine Herren. Du musst was mitführen. Aber ehrlich. Du musst was mitführen. Gnadenlos. 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 Ah, sie kommt da. Aber sie kommt schon wieder. Und wo ist sie jetzt von da? Die Traudel? Ja, mit 12pm. Ein Ente Gelände aus dem Haus. Eee, 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 eee. Well done! Oh man! Sucks hab ich ja! Aber er hat ja wenigstens Mühe gegeben mir seine eigene Traudel so in Animatonix zu zeichnen Oh! 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 Strike! Uh! Ich bin begeistert! Ihr seht es mir an, oder? B.A.S.D. What? Tsssssss! Oh, Leute! Blupa! Gott! Really? Nee! B.A.S.D. 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 Shut up! Ich häng jetzt noch ne Nacht dran! Wenn schon leiden, dann richtig leiden! Weil ich möchte ja auch noch die Wend sehen! I will see the Wend! I will see the Wend! Was ihr da mit dem Wend auf sich habt! Ah! Ich sag's mal wieder Leute! Bin mal gespannt! Bin mir das gelöst hat! Also... Jo... Ich trink mir halt mal eins zwischendurch! Ja... Jo... Jo... Jo Baby... Jo Baby... Jo... Jo... Leute, 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 Leute! S.V.E.N. Footsteps! Oh, sie kommt. Die anderen hier, sie isst ja einen Burger essen. Lecker Burger. Oh, da ist schon so ein Bauchdruck. Und er macht ja die Musik nicht. The Music Maker. Wenn es jetzt so knacken würde. Aber ich sag euch, seit dem blöden Windows Update. Ich kann keine Bildschirmaufnahme mehr machen. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich bin total angeschissen. Und weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll. Ich habe schon einen Gamers gefragt. Da war gerade am Zucken. Da bin ich schnell in Discord gegangen. Mein Martin war am Zucken. Also er hat keine Probleme gehabt. Warum immer bei mir? I don't know. I don't know. I don't know. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Das wollte ich eigentlich... Ja, da bin ich total bekloppt hier oder was? Falsche Tasse gedrängt hier. Ihhh, es kommt, kommt jetzt Baby. Steps. Im Welt ist ja keiner. Jetzt ist sie erstmal wieder für eine Zeit lang verschwunden und dann kommt sie irgendwann mal wieder. Der Lady ist lost. Lost in the system. Well done. Ich glaube, es ist ein obwohl. No, 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 no. Bom, 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 bom. Boom, boom, boom. Tikki, tiki bang, bang. Nein, aber nur noch diese Nacht. Ich glaube, es habe ein frühgegeben. I don't know. Almost like a cafe. Ah, Kaffee hätte jetzt auch Bock. So Milchkaffee, so ein Lattebakeert. Schöner Latte, äh, voll süß, boah, da hat die jetzt einen Bock drauf. Sie kommt, sie kommt, sie hockt ja schon da unten. Jetzt dauert es aber immer eine Weile bis sie kommt, aber warum, warum kommt von denen hier keiner? Äh? Ich habe gedacht, jetzt kommt wenigstens mal Luventsystem zum Einsatz, aber falsch gedacht raus, die meinen Scheiße war es dann, boah, schien, helle, 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 helle. Ich habe mir gedacht, es kommt ein bisschen mehr Action jetzt, so Actionchecksen. Nothing. I, 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 I'm too low this spiel, I said, to, to mount you, uh, if it wasn't mine. Alright, now. Baby's coming back. Baby. Baby blue. Oh darling, darling. Keep the door closed. Du kommst ja nicht rein. Up and the way. Ciao, Lady. Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie schon wieder los. Ich höre schon wieder Steps. Ich höre schon wieder Steps. Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie wieder da oben. Leck mich doch am Arsch. Leute, das Spiel ist sowas von... Klar, er hat sie für diese eigene Sachen genommen. Bis auf dieses Quik-Quik. Das ist ein Standard. Es knackt. Es ist halt total... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tada. Jetzt lockt sich da auf einmal mein Steven-Ding so ein. Ja, ist total bekloppt. Also irgendwie spinnt seit dem Update der ganze Laptop. Ich weiß nicht. Wo hat das jetzt wieder liegt? Kann ich euch nicht sagen. Spinnt alles. Alles spinnt. Sie kommt nicht. No. Aber... Wir haben ja gleich 12 Uhr. Und wir haben zwar nur noch 24 Prozent. Aber da scheiß ich jetzt mal drauf. Weil... Wir sind ja einen Haufen drauf gemacht. Hier. Oh. Oh Baby. Oh Baby. Oh oh. Oh oh. Kommt sie. Oh sweetie. Sweetheart. Nee. Noch 19 Prozent. Er sind's halt. Da haben wir mal 12 Uhr hier. Hä? Wenn sie jetzt so kommt. Ah. Really? Sie kommt nicht mehr. Mach 12 Uhr. P.M. 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 Warum P.M.? Thank you and goodbye. Good night. Ja. Das war mal ihr Spaß mitachten. Warum der Titel? With 28 men. Why? Wer ist denn? Yo. Wir gehen wieder runter. Base... Und hat noch ein Minigame ingebaut. Nice. Was ist jetzt? Uh. Help me. Ich war das der gleiche Schrott wie vorhin auch. Second day. Wir waren... Freunde. Das war Night Fun with 28 men. Ich kann jetzt aber mit F2 hier irgendwas machen. Wir danken uns bei euch fürs Zusehen. Würden wir uns freuen werden. Wenn wir uns einschalten werden auf unserem Rosti Kanal. Bitte bewähren doch das Video. Schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und freut es auch noch kein Abon. Habt ihr Abon. Aufs Kaffee drücken. Press den Button. To subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Übertreibt es mal nicht. Passt auf euch auf. Und bleibt vor allem gesund. Wir sagen... Ciao. Bitte gut. Finde ich auf uns. Euer Sam Teddy. Mit Interesse. Rasselband der Ute Rosti. Say goodbye. Goodnight. Bye bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020